So, ich mache es ganz ganz kurz. Hier ist das versprochene Video. Ihr müsst jetzt wählen. In 20 Sekunden erscheint die Auswahlplattform. Links ist das Gute Ende, rechts ist das Böse. Ich werde das jetzt gleich nochmal einbringen. Ich hoffe ihr hattet Spaß bei der ganzen Let's Play und ein weiteres Fazit Video. Kommt, wählt weise. Bis zum nächsten Mal.